Einen Quarkwickel können Sie schnell und einfach machen. Sie benötigen dazu lediglich ein Wickeltuch und ein Aussentuch aus Baumwolle, zum Beispiel Geschirrtücher. Ein Quark direkt aus dem Kühlschrank, der Fettanteil spielt keine Rolle. Haushaltspapier, 1 bis 2 Verbandsklammern. Breiten Sie das Wickeltuch aus. Wenn Sie möchten, können Sie ein Innentuch oder etwas Haushaltspapier hineinlegen, damit der Quark einfach entfernt werden kann. Geben Sie Quark auf das Haushaltspapier. Streichen Sie den Quark ca. einen halben Zentimeter dick. Wickeln Sie dann das Tuch darüber und legen Sie den Wickel so auf die betroffene Stelle, dass sich zwischen Haut und Quark nur eine Lage Stoff befindet. Fixieren Sie den Wickel mit einem atmungsaktiven Aussentuch. Lassen Sie den Wickel auf der Haut, bis er sich nicht mehr kalt anfühlt. Bei Bedarf können Sie den Wickel wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.